einer ein bisschen weiter vorne klausch, einer ein bisschen weiter hinten der eine ist hier und der andere ist hier warte ich komm ich bin hinter dir weiter wo ist er jetzt hast du die noch im blick einer zieht direkt an der wand da sind zwei direkt an der wand ich wollte gerade einen headshot geben ah ja ich sehe ihn da in der Zaun boah die beballern sich aber von draußen das sind mehrere Leute ja der ist tot hier da vorne ist der eine ich sehe ihn da da läuft er und der andere hinten dran mhm boah eine sniper wäre jetzt so hardcore ja jetzt bräuchten wir wieder range ey das problem ist ich habe die airbag gehabt die geht hier eigentlich halbwegs der hat sogar eine snipe achten wir müssen aufpassen der hintere hat eine wo ist ein sniper der spark snipe ich gehe jetzt vor da vorne ins gebüsch boah er hat mich gesehen er ist tot den mit dem scharfschützen habe ich umgeblasen der hat gerade nach sauer dabei ewig hab ihn ich habe den anderen oh da ist noch einer im gebüsch da ist noch einer vor dir wo ist der irgendwo hier hier hab ihn ja er ist down nice gut gut ich glaube nach oh ja jetzt sehen sie uns weil ich muss erstmal meine 150 schuss nachladen ich glaube da ist aber der die kommen warte ich habe es gleich ich glaube links ist auch noch einer ja weil die kommen mit dem sein mate müsste noch leben ich heil mich kurz noch einmal bin geheilt ja links bewegt sich was da schlägt jemand hörst du ihn noch nicht der läuft warte ich gucke auf der map ja der ist hier links vor uns hier vor uns irgendwo da hier hinter uns hinter mir hinter mir da habe ich ihn einmal gehittet ich halte mich ich habe sie auch hier warte oh mein gott ich bin gott wo bist du wo bist du hinter dir ne heb das rechts auf da lebt noch einer heb das auf und guck nee ist frei wir sind frei oh gott alter war gut gemacht ich halte schnell schlug die erst alle ludi erst alle dann geben die schön cash ja ich heile mich trotzdem noch junge das war eine ballerei guck mal trotzdem noch mal ob du noch jemanden siehst ich habe kein ding oder hat mir wieder 500 gegeben hatte ich guck mal nicht sehe keine orangen hat mir wieder 500 handdollar gegeben ja du bist hacker und achtung was gibt der 50 was gibt der wo die man den dark side da vorne bei dem ein 100 wo die dark side habe ich gesagt 75 wo ist der andere ist noch nicht oder hier drin habe ich kein gekillt bist du sicher dass da keiner mehr lebt also ich habe kein gewaltig guck noch mal der gar keinen orangenen nix gar nichts ich sehe nichts okay der liegt noch drin der wurden hier aufgehoben ah der eine hier ist der andere hier deswegen hat er nicht aufgehoben dieser kleinen die kleinen ratten steht mir da drin auch musiktion nehmen können ich habe die waffe gewechselt einfach so dass ich einmal kriegt von denen ja so macht das spiel spaß ich guck mal was die für waffen hatten ob ich oh gott guck dir mal an was ich da von dem genommen hab alter wo sind sniper man die ist schon wild ey aber die pump gun hat mir jetzt den arsch gerettet ich guck noch mal ich sehe nichts mit mir lehmer wo sind erkannt ob es tromm hat den leger schon ganz blutet habe ich dir gepinkt dass er das 75 noch mal hatte stehen jetzt hier schon den hattest du vorher schon wo wir den erschossen hatten der hören auch schmutz guck dir mal was der hat der hat da war das das für eine alles ist diese waffe gott wie heißt die denn der mark 2 lemar mark 2 mit feuermunition aber ich nehme meine ketten genau und der da vorne am gebüsch den hattest du aber ne ja vorne am gebüsch jo wir haben so viel umgebracht hier ja also wir haben jetzt den halben server glaube ich erschossen ja ich glaube ich habe drei du ich meine du hast drei ich glaube wir haben sechs leute abgeballert ja aber tendenziell würde ich sagen es läuft wir machen weiter aber ich habe leider so viel kohle gelootet wollen wir raus einfach ja ja ich habe so viel kohle gelootet ja lass uns aber absischen das war jetzt gut ach guck mal ich habe auch so viel gelootet ich habe wieder hilfe erste hilfe pack ist komplett voll gelootet alter wird deswegen deswegen habe ich mich nicht geheilt weil wenn du ja komplett voll also wenn du nichts nehmen kann ja lünders erst hilfe oder cash jaja cash genau und wenn du wenn du alles hast also ich sag mal wenn deine erste hilfe bekomme auch dreimal gesteckt ist dann lässt du immer cashen da kannst du richtig holen ich habe ich habe halt nur konsumabils gekriegt aber ultra viel und noch mal vor uns wenn jemanden weiß jetzt auf die rauben allerdings hätte ich schon bock gehabt jetzt weg zu nutzen den anderen boss ja ja die machen den boss stimmt das heißt die haben dann die aufreihe bar mit marzipan würde ich sagen ja man muss ja auch bedenken der andere boss er gibt ja nicht mal das doppelte geld sondern kannst du gleich noch mal gucken ich sehe nichts ich hab grad schon geguckt habe aber die waffe kann ich in meinem menü in meinem inventar tun die spark sniper die mosin sniper die kannst du lagern kannst aber maximal nur ein eine waffensorte jeweils lagern von pliendermaterial echt also du kannst jetzt nicht jede runde der mosin sniper mit einem stecken das funktioniert nicht aber die sind nah sie sind sehr nah aber was du kannst du kannst die waffe einem anderen geben dann einem anderen hunter damit sie nicht wegkommt genau du gibst ihnen an der im handel dann hast du nicht im inventar da kannst du wieder einer reinlegen ja das mache ich dann aber der wird jetzt retired der unter hier der wird jetzt retiert der geht jetzt in rente der bräu nein doch doch weil der ist über 25 das gibt mir ultra felix p ich will halt so schnell wie möglich alles freischtest ist ja wieder alles weg nee nee mach ich ja nicht wo ich noch einiges freizuschalten habt und auch wenn es nur diverse munition einzelner klasse ja 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 ich war ja ich war ja jungen wir haben fünf hunter weg geballert mega fünf hunter wir haben sechs sechs und sechs und acht sich drei tausend noch bischaltung kold revival penny schott musikation was bringt mir diese verfickte penny ich habe zwei gekillt dann hast du drei abgeballert. Penny-Shot. Diese Granate werden schro...